So halten Sie die linke Flanke, scheppern auf keinen Vertrauen, so runter! Da kann ich leider nichts zu sagen. Roach? Ghost? Kommen, Ghost! Hören Sie mich! Hört mich jemand? Sie sind tot, Soap. Shepard hat aufgeräumt. Ich kämpfe mich zu Ihnen zurück. Shepard hat uns verraten. Dafür muss man jemandem vertrauen, das tat ich nie. Nikolai, kommen, haben Sie unsere Position? Positivpreis. Aber nicht nur ich. Shepards Männer befinden sich auf einer Seite, Makarovs auf der anderen. Dann müssen wir sie alle erledigen. Oder wir lassen sie sich gegenseitig erledigen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. Wir gehen jetzt zum Abschluss. Oh, Shepard will Os und Makarovs gleichzeitig ausschalten. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt Bravo im Westen! Vertrauen Sie niemandem! Ähm, ja. Dann haben wir noch was... Äh, ja. Zum Sammelpunkt begeben! Los, los, los! Mach ich ja schon. Nikolai, hier ist Christ! Die Landeszone ist heiß! Wiederhole! Die Landeszone ist heiß! Super, hier kann man nicht langen. Bin unterwegs. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle, bevor ich dort bin, okay? Wie Sie meine, Nikolai! Aber beeilen Sie sich! So, Makarovs von Shepards Männer soll sich so wie Fingenseinig ausschalten. Wir können mit Ihren Funkeren Ihren Funker führen. Ich werde versuchen, Makarov zu kontaktieren. Kein, 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 kein. Makarov, hier ist Christ! Shepard ist jetzt ein Kriegsfeld! Er hat Ihren Einsatzplan und einen Blankoscheck! Geben Sie mir was Sie von Shepard wissen und ich erledige den Rest! Ich weiß, Sie können nicht auf diesem Kanal hören, Makarov! Wir wissen beide, dass wir es keine Woche schaffen werden! Genau so wenig wie Sie! Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund! Christ, Sie werden merken, dass das in beide Richtungen funktionieren! Shepard ist auf Position Hotel Bravo! Sie wissen, wo das ist! Wir sehen uns in der Hölle! Darum freue ich mich schon! Schöne Grüße an Sakajev, wenn Sie zuerst dort sind! So, lassen Sie sich nicht festnageln! Sie müssen weiter nach Westen durch Schmerz fahren! Oh, meine Wüte! Kann man nicht mehr... Jetzt hört auf! Ich muss mich in Ruhe, ey! Nikolai, wo zum Teufel sind Sie? Standstürme rund vom Kandahar, Captain Preuss! Äh... Wie ist das jetzt? Hä? Nikolai, wo zum Teufel sind Sie? Sandstürme rund um Kandahar, Captain Preuss! Ich muss Sie umfliegen! Für einen Crash kriege ich nichts genug bezahlt! Hier rein nur das! Ohohoho! Nikolai, hören Sie auf damit und landen Sie sich, verdammte Flugzeug! Wir sind unter Weg! Nein! Ich laufe mal hier am Kopf bei der Sinkriege. Geil, ich war einfach super. Ich bin frei. Nikolai wird nicht auf uns warten. Vereilung! Will ich? Ja, meine Güte. Ohohohoh. Und hinter uns? Wo jetzt? Hey, 0 Uhr. Ob man das gehört, dann teilt es sich nicht. Oh, komm schon. Wow. Da noch der Gart. Oh, komm schon! Komm schon! Komm schon, Lass mich nicht! Dann schreit uns! Ist das ein Komplett, ne? Oh. Komm schon. Ja, wa! Ui, hat funktioniert. Wir haben eine gute MP. Die haben 1000. Wir wissen nicht mal, ob Makarovs Daten was taugen. Price? 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 Deswegen. Denn aus unserem riesigen Arsenal an Albträumen ist dies derjenige, den wir für uns ausgesucht haben. Wir gehen energisch vor wie die Naturgewalten. Mit Stärke im Herzen und einem Ziel in Sicht. Wir machen ihn fertig. Das ist man wohl. Das ist ja alles ohne Rückflugticket, Kumpel. Dann fehlt Glück, mein Freund. Sob, ich orte thermische Schwankungen. Die Höhle muss jenseits der Kante liegen. Sekunde. Feinpatronie. Feuer einstellen. Anscheinend auf Makaros Daten verlassen. Das ist gut. Das ist gut. Der Dekodierungskode war hoffentlich seinen Preis wert. Kommen, Alpha. Fluss wird gesichert. Over. Bravo. Sandsturm. Im Moment ist kaum was zu sehen. Over. Lulu. Ah, wir starten mit der Patrouille östlich entlang des Canyons. Wörtliche Zufall. Over. Auf die Gruppe rechts direkt unter uns konzentrieren. Die erledigen wir zuerst. Ich übernehme die beiden links. Auf mein Zeichen. Drei. Zwei. Eins. Und neutralisiert. Zähle fünf erledigte Ziele. Wir müssen die andere Gruppe ausschalten, bevor sie zurückkommen. Los. Schnell, vorwärts und dann die anderen. Sie sehen uns. Feuerfreigabe. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis sie die Leichen finden. Beeilen wir uns. Da ist gerade der Reifen kaputt gegangen. Ist ja geil. Der Reifen geht kaputt. Und da ist weiter. Wie an der Oksar. Können Sie mich herhaus? Über. Los. Hey, wir kommen gerne mehr. Der Pozgie-Aderau für die Kampfklasse. Koffer, Blinder. Ab die Zweizung. Die Zweizung. Da. Los jetzt. Gut. Nein, jetzt geht es um. Ziel voraus. Noch nicht angreifen. Nee, das ist... Brauchen wir noch nicht. Apolje nähert sich. Nach links. Schnell. Passieren lassen. Rutscher 7, Oxide. Wir haben den Kontakt zu Disciple 5 verloren. Vielleicht nur der näher kommende Sandsturm oder ein kaputter Sender. Ein Team zu überprüfen, senden. Over. Verstanden, Oxide. Ich stecke Wensen und Lander. Rutscher 7, Hände. Erledigen Sie die rauchende Wache oder warten Sie, bis er weitergeht. Ja, over. Gute Nacht. Los jetzt. So viel Zeit haben wir nicht. Ruhig jetzt. Zwei Ziele in diesem Korridor. Nicht schießen und links halten. Disciple 5, Oxide, Statusbericht. Over. So, zwei Ziele mit Lampen kommen die Treppe unter dem roten Licht runter. Direkt voraus. Ich übernehme den Rechten. Auf mein Zeichen. Drei. Zwei. Eins. Los. Fertig. Los. Disciple 6, wir haben den Kontakt zu Disciple 5 verloren. Nachsehen. Over. Oben auf den Treppen. Er gehört mir. Verstanden, Oxide. Wir sind auf dem Steg Richtung Dampfraum. Bereithalten. Verstanden, Disciple 2. Los. Die Sekunde des Ziele, over. Disciple 6, Licht aus. Eindringen und sichern. Es geht los. Bereit machen. Türladung platziert. Bereit zum Eindringen. Dann los. Läufe rein, Läufe rein. Vorwärts. Dann ist die Feuer frei. Ich muss ruhig mal Schmutz infizieren. Bringt sie zur Strecke. Ne, tut mir leid, das geht. Woho. Woho. Die Sekunde 9, eure Wache hinten hat's erwischt. Unmöglich. Wir haben das Gebiet gerade gesichert. Keiner ist so gut. Reis. Nehmen Sie einen Einsatzschild. Wir brauchen Deckung. Ich bin mal die Barmane mehr, so. Wiederhole. Gehen Sie mit dem Einsatzschild in Position. Ich erledige den Widerstand. Aufsteigen, die Seite 9. Die Ausweiterstarkette. Das fliegt nach dem Herzen zu zauberen. Gute Nacht. Router 1, 5. Zum Rest. Komm und bereit machen. Gold Eagle zu entkontieren. In der Masse nachher. Halleluja, jetzt frei. Gold Eagle muss Shepard sein. Uns geht die Zeit aus. Los. Gold Eagle. Ah, sie werft. Ah, sie werft. Ah, sie werft. Ah, sie werft. Ah, sie werft.